Ja, ich fühle mich hier schon gerade wie so ein Einbrecher, die ganzen Sachen hier durchwühlen. Und damit heiße ich euch ein herzliches Willkommen zurück zu dem nächsten Part von The Last of Us 2. Wir sind jetzt schon bei Part 38 oder so. Auf jeden Fall, ja, was ist im letzten Part passiert? Im letzten Part haben wir Yara, so heißt sie, glaube ich. Ich sage jetzt einfach mal so, die ältere Schwester von dem Jut hier. Ja, schwer verletzt zu Mel und Owen gebracht. In der Hoffnung, dass sie irgendwie durchkommt und wir müssen Medikamente besorgen. Und ja, jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu den Brücken des Gars. Das kann ja heiter werden. Jetzt mal nachladen. Das ist hier auch nachladen. Hier ist nachgeladen. Ne, alles gut. Okay. Dann haben wir hier alles. Okay. Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen hier. Und dann... Wie lange benutzt du das Ding schon? Vom Boden? Seit Ewigkeiten. Du bist gut damit. Du hättest Yara sehen sollen. Warum haben wir dir das angeteilt? Wir können grausam sein. Meine Mutter sagt... Überroht. Das ist nicht falsch. Ich habe Angst zu müssen. Wieso? Dann wird sie für mich verantwortlich waren. Okay, ich sehe zwei Optionen. Einmal können wir nach unten und einmal hier rüber. Das hört sich nach einem Bloater an, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück mindestens. Ja, das ist nicht jetzt dein Ernst, ne? Kann ich nicht einfach durchlaufen? Wir müssen aber nur durch. Das sind sehr viele. Seht euch das an. Und einfach durchlaufen, denke ich, kann ich auch nicht, weil... Dann versuchen sie den Jude zu töten. Ich muss schnell sein. Ich bin downwards. Ja. Bis zum nächsten Mal. Non! Ah! 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 Oh, dieser blöde Shambler. Ich hasse Shamblers. Okay, noch mehr hasse ich Bloater, aber... Wie viel der wohl fressen wird? Oh, er ist tot. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Haben die draußen irgendwas droppen lassen? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Wie viel? Okay, bitte. Okay, nachher. Okay, nachher. Okay, nachher. So, ich hätte lieber mal gerne Munition. Was haben wir hier drin? Munition. Ist auch irgendwas drin? Ja, ein bisschen was zu fressen. Haben wir hier noch was? Nein, okay. Okay. Obwohl, wartet mal, eventuell doch noch. Irgendwo hier, nein. Okay, dann gehen wir nach oben. Okay, hier runter. Aber was bringt uns das? Und hier kommen wir nicht lang. Wasser fließt extrem schnell. Du musst wirklich vorsichtig sein, okay? Ah, ich seh schon, wo wir lang müssen. Ja, soll ich vorangehen oder willst du vorangehen? Schaffe ich das? Das muss ich einfach schaffen, ja. Ja. Was ist denn hier irgendwie? Oh, nix. Ich hätte gerne wieder ein Save, aber das dauert bestimmt noch. Horace. Ist er kein Wurf? Es gibt tausende von uns. Kannst du jeden Scar? Hör auf, uns Scars zu nennen. Hm. Die mögen das anscheinend nicht, wenn man die Scars nennt. Ist vielleicht auch eine Beleidigung oder so. Ich weiß es nicht. Also für die... Jetzt schauen wir mal, was wir upgraden können. Ja. Dann kommen wir mal die hier. Ja. 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 Jamal. Kombi. Wenn wir mal Munition mit uns rumtragen. Ja. Ja. Jawel. Warum habe ich die Munition hier nicht eingesammelt? Ich würde lieber erst da hinspringen. Oh Gott. Und jump. Hier ist es doch bestimmt wie ja ich, oder? Oha. Oh, guck mal, da vorne glänzt irgendwas. Das ist bestimmt wieder eine Münze, oder? Ja. Colorado. Ah, okay, sind das Münzen? Ich meine, bei uns in Europa gibt es ja auch so verschiedene Embleme hinten drauf, auf den Münzen. Auf den Euros. in Amerika bestimmt auch. So halt so von Start zu Start. Ich will da nicht runter. Da ist doch bestimmt wieder eine Falle. Die Pillen können wir auch mal schauen. Die Pillen können wir auch mal schauen. 108 haben wir schon. Wahnsinn. Das hätten wir auch wieder abgegradet. Schön. Hier haben wir da auch noch was. Na, ich will doch mal zurück. Ja. Was war da unten? Hm. 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 Ich will da unten. Ja. Hm. Ja. 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 Sind wir hier nicht hergekommen? Ich weiß es gerade nicht. Ne, hier waren wir noch nicht. Da vorne liegt noch was. Oder sind wir doch hergekommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, wir sind doch von oben gekommen. Na gut, jetzt aber schleunigst weiter. Ich will hier auch nicht zu viel Zeit verbringen. Hier scheint es sicher zu sein. Das geht nicht, schade. Ähm, dann gehen wir weiter. Da kommt man bestimmt auch irgendwie hin, aber keine Ahnung wie. Was, hier ist nix? Hup. Oh Gott. Was ist das, haben die Skars alles gebaut? Wahnsinn. Was müssen wir denn noch? Wir müssen das schon schaffen. Okay. Oder? Ja. Angeber. Das ist nicht schwer. Aha. Was haben wir auf der anderen Seite? Nix, ne? Nein, natürlich. Ich kann da bestimmt auch rüber springen, ich will es aber nicht ausprobieren. weitergeben. Die Ältesten haben in einen Waffenstillstand mit den Wulfs eingewilligt. Sie werden sich von unserer Insel fernhalten und keine Seraphiten angreifen, die durch ihre Außengebiete ziehen. Um diesen Frieden zu erhalten, müssen wir alle zusammenarbeiten. Unsere Ziele bleiben die gleichen. Dies ist nur ein anderer Weg, um sie zu erreichen. 30 Grad bei mir hier im Gaming Zimmer. Ich sterbe. Wahnsinn. Na Gott, wir gehen weiter. Ich habe gerne Munition. Ich weiß, ich habe an jedem Part nach Munition rum, aber ich brauche auch Munition. Warum? Ähm. Hier dann. Warum haben wir das nie im Dick? Wurfs gucken nie hoch. Was soll das heißen? Das heißt, egal wie viele ihr seid und wie viele Waffen ihr habt, wir tricksen euch aus. Vielleicht solltest du nicht mehr wir sagen. Schließlich wollen sie dich töten. Hm. 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 Oha. Wie hoch geht es denn noch? Okay. Was? Das ist eine Frau? Ich bin davon ausgegangen, dass das ein Kerl ist. Okay. Äh, ja. Da sieht man mal, wie man sich ehren kann. Wo sind die denn? Zwei Stück. Da tausche ich doch gerne. Ich dachte, das sind immer nur kleine Trupps, aber es sind voll viele. Hier. Auf Wiedersehen. Oh, wer darf das? Oh. 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 So. Einer weniger. Okay, nur noch eine. Oh Gott, Leute. Aber wie hat die mich eigentlich durch die Wand gesehen? Wo mich das schon interessieren würde. Okay, hier ist wirklich kaum so gut wie gar nichts, oder? Hier kann ich wenigstens was öffnen. Hier kann ich wenigstens was öffnen. Auf nach oben ins nächste Stockwerk. Alter, wie groß ist denn das? Oder wie hoch? Hier kann ich wenigstens noch. Betet er? Ja. Vielleicht kann ich sogar noch was upgraden. Müssen wir mal schauen. Wie viel habe ich? 25, ne? Ne. Brauchen wir gar nicht erst versuchen. Auf geht's in die nächste Etage. Ach Gott. Geh diesmal zuerst. Ernsthaft, wie hoch müssen wir denn noch? Ich wollte noch sagen, mein Beileid für euren Sohn. Es ist eine Ehre. Er ist nun bei unserer Prophetin. Er ist mutig gestorben. Wir sollten stolz sein. Sind wir. Danke. Die Ältesten haben uns ein neues Kind angeboten. Das ist eine große Ehre. Elisabeth ist dankbar. Ich weiß nur nicht, ob sie schon bereit ist. Die Ältesten wissen, was das Beste ist. Es wird das Beste sein. Ja. Na klar. Kommt die zu uns? Ja, na? Ach. Ja, du wie hoch ist's? Gott. Oh, Leute. Wir sind ganz nach oben, ne? Ah. Es ist die Abbronnige. Ach. Wiedersehen. Und runter mit dir. Oh Gott. Ja, aber das ist ein bisschen, das sind ein bisschen viele. Oha. Oha. Das schaffen wir so nicht. Och, ich hasse es. Auf Wiedersehen. Oha. Mein Gott. Alter, wie viel tankt die denn? Die tankt ganz schön viel, das ist Wahnsinn. Gott. Wer ist der Nächste? Auf Wiedersehen. Wer will noch kommen, wer hat noch nicht? Oh. Da hab ich ja gar nicht gesehen. Na komm. Warum? Ach, wir sind eingekreist. Und wieder in Deckung. Oha. Und wieder in Deckung. Was? Die schmeißen Molotov? Das ist aber unfair. Und das. Das. Und... Da ist alle. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Ja. Da kommen wir halt schwer hoch. Ach komm. Dann. 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 Spannend. Wo hat mich denn jemand gesehen? Ich würde gerne unten nochmal nachschauen. Die Dudes haben doch bestimmt Munition verloren. Sieht nicht danach aus. Wo war denn gerade einer? Angeblich muss ich ja gerade irgendwo fast gesehen worden sein. Oder irgendwo habe ich was gesehen gehabt. Ah, hier geht es nach oben. Es war sogar auch entspannt. Ist das eine Waffe dort? Sieht nach einer Waffe aus. Seht ihr das? Da oben drauf. Ne, sahen wir so aus. Okay. Weiter nach oben. Da oben. Ach komm. Ich bin so schlecht immer im Zielen. Das versteckt sich da. Gibt es noch einen anderen Weg nach oben? Natürlich nicht, oder? Ich komme jetzt schnell hoch da. Ja. Kurz umsehen. Okay, er weiß nicht, wo wir sind. So, das sollten alle gewesen sein. Boah, eine Schrotflinte. Okay, er heißt Lev. Ich versuche mir den Namen mal einzuprägen. Okay. Aber, was prägt uns das jetzt hier? Wo will der kleine Dude... Oha, da geht es ja noch weiter nach oben. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, wir hätten auch schnell hochlaufen können, aber... Es wäre doch bestimmt nicht wieder gut gegangen. Okay. Und jetzt? Warte mal, lass mich raten. Oh. Ja. Natürlich. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir hier an den Gart. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part von The Last of Us 2 wieder. Bis dann. Nothing. Aber dann -, more Zeit. daddy이�ere shows, nicht so gut klar. Und ich bitte die jek 안 durch hier. Bem, wie gesagt soится ich nikkein.